Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Hallo liebe Zuschauer. Ich heiße Susann Enders und bin Sprecherin für Soziales, Familie und Kinder bei den Freien Wählern im Bayerischen Landtag. Unsere Kleinsten lagen mir schon immer besonders am Herzen. Deshalb geht auch eine meiner Spenden an den Caritas Kindergarten St. Georg in Bad Bayersäuen. Das Geld kommt dort der neuen Wölkchengruppe zugute, in der Kleinkinder ab so ungefähr zweieinhalb Jahren betreut werden. Und an die Feuerschützengesellschaft in Weilheimen spende ich ebenfalls, damit sie den Corona-bedingten Pachtausfall ihres Wirtes während des Lockdowns ausgleichen können. Und wenn ich sehe, wie Menschen beim Miteinander mit Tieren regelrecht aufblühen, dann weiß ich, auch meine dritte Spende für das Projekt mutig. Der Lebenshilfe Landsberg ist bestens angelegtes Geld. Ich wünsche allen viel Erfolg und noch mal allen alles Gute. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion